Ich liebe Informatik. Ich hasse Informatik. Felix, ich muss diesem Blog 5 Schulaufgaben schreiben. Ne 6 Schulaufgaben schreiben. Ich muss nur noch eine Ex das ganze Jahr schreiben, Bro. Ich habe auch nur einen Schultag pro Woche. Das ist ein bisschen stachelig. Felix, hast du das als Zitten? Ich hab kein Spiel an. Ich brauche die Schreie. Okay.